Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montagmorgen. Es ist der 18.07.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1225. Heute mit den folgenden Themen. One UI Watch, Hardl, Nothing Phone, One Qualcomm, Emojis, Apple Arcade, Acara und Acer. Dann starten wir gleich mit dem Samsung OS für die Galaxy Watches dieser Welt. Die Smartwatches aus dem Hause Samsung und dessen Betriebssystem, das eben auf den Namen One UI Watch hört. Und zwar das One UI Watch 4.5. Einmal etwas anders. Samsung gibt schon ein bisschen Vorschussinformationen preis. Normalerweise kommen diese Informationen im August-Event, im Unpacked-Event von Samsung, seit sie das Ganze nicht mehr auf der IFA machen, schon vorab. Und was ist da neu mit drin? Man kann ein bisschen besser damit schreiben. Es soll möglich sein, und das klingt spannend, aber auch wieder nicht. Kann jeder für sich selber entscheiden. Eine Dual-SIM-Unterstützung. Das heisst, man kann nicht nur die private Telefonnummer am Ahntgelenk mitnehmen, sondern vielleicht auch noch die berufliche. Wenn man das Ganze nicht macht, um eben genau dem Beruflichen zu entsteigen, kann das natürlich sinnvoll sein. Das muss jeder für sich entscheiden, wie das Ganze dann funktionieren soll. Es gibt neue Watch-Faces. Wie halt immer bei solchen Updates von egal welchem Hersteller. Die Möglichkeit, das Verbinden mit Bluetooth-Kopfhörern wird sich verbessern und so weiter und sofort noch ein paar Kleinigkeiten. Wir dürfen gespannt sein. Ich komme nachher gleich nochmals auf den Bereich Smartwatch oder Wearable zurück. Ich denke, das wird sich da ein bisschen überschneiden oder könnte misshoffen. Wie auch immer. Dann hat Spotify angekündigt, dass sie denn die Musik-Quiz-Plattform Hardl, Hardl, wenn ich es auch immer richtig ausspreche, übernommen hat. Da geht es darum, dass man täglich ein Quiz abschließt und der, der mit der höchsten Punktzahl hat, schlussendlich gewonnen. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wordl, was ja auch so ein tägliches Ding ist. Mal schauen, ob das hier auch so zu einem Hype wird und vor allem, wie lange das das anhalt. Der Dienst soll eigenständig bleiben. Es soll einfach so sein, dass man im Anschluss dann die Musik auf Spotify hört, statt irgendwo anders. Was geht es oder um was geht es da genau? Es wird euch ein Stück Musik abgespielt und ihr müsst innerhalb von kurzer Zeit erraten, am besten schon nach wenigen Tönen, welches Musikstück das das ist. Derjenige, der das am schnellsten kann, erhält natürlich die meisten Punkte. Da wäre ich früher gut gewesen, denn so ab 92, 91, 92 habe ich die ganzen Hipper-Raten mit sehr viel Leidenschaft verfolgt, bis irgendwie, glaube ich, 97 oder 01 herum. Und da war ich richtig fit. Ich musste ein, zwei Töne hören und konnte dann gleich sagen, welches Stück das ist. Ob ich es heute noch kann, weiss ich nicht, aber man könnte es mal üben. Hoffentlich, oder es wäre cool, wenn man da hier auch quasi ältere Musik auswählen könnte. Aber ich glaube, dem ist nicht so, weil die werden natürlich der ganzen Welt das gleiche Musikstück vor den Latz hauen, sodass diese dann eben das erraten müssen. Und ist natürlich marketingtechnisch für neue Promotion sehr spannend. Dann gab es Ende der letzten Woche ja noch Neuigkeiten rund ums Nothing Phone, das vorgestellt wurde. Donnerstag, Freitag habe ich keine Episode veröffentlicht. Ich war mit meiner kleinsten, kurz auf einen spontanen Ausflug und somit ziemlich ausgelastet. Da gab es ja dann eben die Vorstellung des Nothing Phones. Und ich habe, und deshalb werde ich jetzt hier auf tele.geekdog.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens einen Link setzen zu der aktuellsten Geekdog-News-Episode. Da habe ich ein klein bisschen, ich würde nicht sagen gerantet, aber ich habe ein bisschen was in die Richtung Nothing Phone One geschmissen. Wer mag, gerne reinhören. Dann gibt es Neuigkeiten von, und somit schliesst sich der Kreis wieder zum ersten Thema, Qualcomm. Die möchten nämlich nächstens eine neue Wearable-Plattform vorstellen. Diese Prozessoren, die wir bis jetzt in den, egal was das war, Samsung Fossil und was es auch immer noch alles für tausend andere Hersteller gibt, integriert hatten, der Prozessor war sehr ins Alter gekommen. Den neueren, der nur knapp ein bisschen was besser ist, den gab es ja dann nur für die Galaxy Watches und mit einem halben Jahr Verspätung und alles verzögert und hin und her. Jetzt bin ich echt gespannt, was uns da Qualcomm zeigen wird. Wenn wir nämlich Glück haben, kommt diese neue Technologie, auch gleich mit dem neuesten Galaxy Watch, was dann wahrscheinlich im August vorgestellt wird auf dem Markt. Aber so wie wir Qualcomm kennen, sagen sie, ja wir haben da was Neues, es kommt dann nächsten Frühling. Das heisst, all die Uhren, die jetzt wieder veröffentlicht werden rund um die IFA, sind dann schon wieder zum Scheitern verurteilt. Damit wird es einfach wieder mal nichts mit einem Apple Watch Kontrahenten, der auch ein bisschen Kontraktion hat. Aber ich lasse mich vom Positiven umstimmen und bin gespannt, ob es dann doch vielleicht klappt und der Plan aufgeht. Dann gibt es Vorschau auf die neuen Emojis, welche wir in diesem Herbst bekommen werden. Das Unicode-Konsortium hat den Emoji-Standard 15.0 ausgerufen, darin die 31 neuen Symbole aufgezeigt. Und die werden wir noch irgendwie vor, doch nicht Herbst, sondern Jahresende oder Anfang 2023 auf den einzelnen Plattformen zu Gesicht bekommen. Man kann sie jetzt schon auf Emojipedia anschauen. Um was geht es da genau? Es geht um ein wackelndes Smiley. Es geht um ein High Five. Es geht um ein pinkes, ein grausenden, hellblaues Herz. Es geht um einen Esel. Ach so, endlich kann ich mich auch als Emoji ausdrücken. Es geht um eine Qualle. Es geht um ein Ingwer, um das Kanda-Emblem und noch ein paar andere Enten. Was haben wir hier? Blockflöte. Ach ja, und Rasseln. Ich freue mich ja schon drauf auf die neuen Emojis. Hashtag vielleicht auch nicht ganz so. Neuigkeiten gibt es auch bei Apple Arcade. Da gibt es das Subway Surfers Tag. Das ist eines der erfolgreichsten Spiele anscheinend, das auf der Apple-Plattform vorhanden ist. Jetzt auch eben in Apple Arcade in einer Version ohne In-App-Purchases und ohne Werbung. Ich habe vor der Sendung kurz reinspielen können. Ja, ich bin zu alt, glaube ich. Aber ja, es kann Spass machen, wenn man sowas mag. Acara hat auch bestätigt, dass sie ein Update bringen werden. Und zwar für den Camera Hub G3, den G2H Pro und den Hub E1. Die bekommen Matter-Updates. Das heisst, falls ihr eines dieser Geräte besitzt, bekommt ihr die Möglichkeit, Matter zu nutzen. So müsst ihr euch zum einen nicht auf ein neues Gerät einlassen und oder nicht jetzt zurückhalten und erst später kaufen. Das sind doch erfreuliche Nachrichten. Zumal, wie soll ich sagen, meine zwar nicht dabei ist, aber das habe ich ihm auch GeekDoc, das ich vorhin erwähnt habe, schon ein bisschen was dazu erzählt. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten von Acer. Die haben jetzt zum Verkauf angeboten das Acer Predator Triton 500 SE und der Helios 300. Ihr habt diese Namen schon mal gehört? Ja, Anfang des Jahres habe ich schon mal darüber berichtet. Das sind die neuen Acer-Geräte oder zwei der Acer-Geräte Gaming-Rechner, die jetzt endlich auch im Verkauf angelangen. Viele der Geräte, die an der CES Anfang des Jahres vorgestellt werden, kommen ja erst irgendwie August oder sogar noch später dann schlussendlich raus und oder versinken in der, ja, irgendwo ganz weit unten. Jetzt ist soweit mit diesen beiden Gaming-Rechnern. Die beiden kommen auf den Markt. Wer sich da genauer einlesen möchte, was die können und was sie integriert haben und wie teuer sie sind, der kann das in den Shownotes mit dem Klick auf die Links tun, die wir da hinterlegt haben. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Startet gut in die neue Woche und wir hören uns bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.